servus und willkommen zu einer neuen folge von modern skyblock 3 folge 14 ja wir wollen heute die monster falle definitiv soweit mal fertig bauen dass mir dafür eventuell eine kleine automation haben heißt aber auch für mich ich muss da mal gucken was wir da testmäßig noch machen können dann heißt es wir brauchen aber als erstes mal diese guten spikes das heißt ich brauche toll sich auch loks wir nehmen da mal mit so das heißt also ich muss mir jetzt erstmal ein schwert bauen genau haben wir ein bisschen holz sagt das war ja immer drei stück dahin und dahin und dahin und dahin und die drei kommen dahin und wir haben einmal guten spikes wir klemmen gleich mal und ich habe den magischen boden so dann haben wir die quest abgeschlossen dann gehen wir gleich zur nächsten das ist jetzt dasselbe mit stein was wir brauchen jetzt hier stones wird auch drei stück habe ich habe ich dann brauche ich einmal kompressed und das mit baut aufeinander auf stimmt leider nicht wir haben den nächsten und wir haben den nächsten tun aber brunnen kann es der kacke hören aber ist gegagert hier rum hallo moment ich sehe da ein ei auch mal ja sehr schön so dann heißt es jetzt das habe ich auch und wir gehen zurück und wir brauchen golden spikes halt wir gehen jetzt erstmal hier hin nehmen wir uns auch hier den loot raus und ich nehme es mir alle mal raus das heißt ich habe jetzt hier ein hier ein hier ein hier ein ich habe ja noch welche da wissen wir wenigstens wo alle sind gut dann die golden spikes das heißt ich brauche golden ein goldene schwert ich brauchen goldenen block dann gucken wir mal also einen goldenen block goldene schwert und wir haben den goldenen und wir haben den goldenen auch gleich weg dann auch gleich weg haben wir mal wieder die goldene mitte haben präsent bekommen kenne ich nicht räume mal lieber weg dann muss ich jetzt mal gucken und zwar diamond einmal habe ich nicht dabei ich wollte ja eigentlich dass man mit draconik das zeug dann machen macht aber will nicht und einen lass ich bin und ich habe 26 so dann haben wir jetzt den diamond das heißt ich brauche jetzt auch hier einen einen dann eins zwei drei schwerte da hin da hin da hin die drei da hin da hin und das haben wir auch dann schmeiße ich erst möchte die diamanten rein so ich brauche jetzt auf jeden fall einen so das heißt wir klatschen mal da weg und das zeug dann auch gleich noch in der richtigen und wer an ok 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 weil es nicht drei hoch ist das heißt ich muss das jetzt weg machen genau da kann es dann nichts mehr so dann haben wir schon mal die ersten loot packs du kommst da rein was haben wir jetzt hier das da kann auf jeden fall da rein das da kann da rein das da kommen da rein das da kommen da rein die vektorplatten lassen wir auch da dann kommst du auch noch weg schauen wir mal ob es denn so funktioniert du kommst weg als grüne tasche und da rein so da hin dürften wir eigentlich jetzt alles haben okay aber wir brauchen ja jetzt sozusagen nochmal von stark utilities den hört ender hopper dann kann ich noch nicht bauen weil ich dieses teil hier noch nicht bauen kann haha okay das heißt ich muss ja ich kann das leider noch nicht automatisch aufsammeln das heißt ich muss dann dahin so aber ich kann mir noch hoffentlich zwei andere blöcke bauen und zwar den mob filter das heißt wir brauchen eine goldene pickaxe vier zäune so ihr bleibt auf jeden fall drin wir rennen mal nach vorne dann heißt es jetzt das war auch vier zäune jetzt machen wir so ich brauche hier geht's ne er wollte also hier geht's dann brauche ich vier steine und dann brauche ich noch ein schwert lassen wir mal richtig vanilla vanilla waffen bauen was ist mein fehl ah nicht schwert dicke ich bin auch so dann habe ich noch ein bisschen gold apropos weil ich muss mal dann raus und wir haben uns dann mob filter haben wir da noch was drin ja haben wir aber 54 stück haben wir davon also hervorragend so 27 stück davon das heißt ich brauche jetzt mal von hier hau mal hau mal ein bisschen glas rein er braucht gott sei dann nicht so viel von dem chemical dust ja wir schlafen mal schnell so solange nämlich der nicht aufsammeln kann nehmen wir diese blöcke da kommst du dahin und wo ich will nämlich von vorne rein gucken können so und diese blöcke haben einen vorteil kann rein laufen aber die monster nicht raus die bieb so dann da bitte rein das raus sehr schön also die sachen die wo ich jetzt auch dringend brauche kommen jetzt auch schon das kann auch alles weg das kann weg ender elektrom ingots das nehme ich auf jeden fall mit nach vorne zettel squads das nehme ich auch mit nach vorne beziehungsweise das lege ich jetzt erstmal alles hier rein muss nämlich schauen dass ich mal da ein bisschen was leer kriege da haben wir auch nochmal ingots doch kann ich nicht heben ja perfekt da habe ich nämlich eine idee könnte klappen äh ich brauche kupfer demnächst so dann habe ich jetzt nochmal drei stacks das zu rein zu rein zu rein dann kann der da draußen schon mal wieder arbeiten so kupfer werde ich bestimmt nicht genügend haben ich werde gar keinen kupfer haben aber ich brauche auf jeden fall mal schnell davon ein stück kiste so dann muss ich jetzt mal schnell bauen das müssen wir auch noch abrufen und wir haben das dritte Huhn so das heißt die Hühner kommen hier auch rein ok ok dann heißt es jetzt für mich ich habe das davon ich brauche jetzt noch wenn es jetzt nach mir geht brauche ich jetzt noch äh einen vernünftigen storage für die copper chest brauche ich kupfer ähm copper chest das heißt kupfer so jetzt muss ich mal gucken hopper 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 chemical dust äh auch im pumpkin zieht 2 1 das heißt du kommst jetzt erstmal raus ich frage ich mal da drin aber ich brauche das kupfer neun stück gekommen äh ich brauche davon nochmal welche perfekt noch mal neun so gehen wir da rein lauf mal 55 hast noch 8 brauche ich danke so das war jetzt dann das da plus das da ist eine copper chest atomic assample ok so dann brauchen wir jetzt als nächstes die iron chest und es müsste jetzt eigentlich auf jeden fall das sein was ich auf jeden fall erreichen kann nein nicht erreichen und für einen alles klar das heißt ich habe jetzt dann hier schon mal eine bessere kiste ein bisschen mehr rein ich brauche ich dann hier noch mal zwei die iran chest okay habe ich eine silver chest silber habe ich noch nicht ich lasse jetzt auf jeden fall mal das laufen wobei nein wir gucken gucken kostet nichts was kostet uns ein silber das schocker und blaze powder habe ich noch habe ich momentan kein mehr ach ja apropos wenn man wieder zusammen 10 aber apropos sehen hier habe ich schon mal hochgelevelt und jetzt habe ich davon drin habe ich noch 111 das ist 111 nämlich mit nach vorne einfach weil es kann an welchen 111 so ok dann heißt es jetzt für mich zucker da rein zucker rein und das da rein ach hier 2 das lassen wir erst mal laufen so gold diamanten idien crystal so auch nicht frei davon oder auch nicht keine ahnung so ich habe jetzt 45 reicht ein bisschen immer gesagt man sich davon ein bisschen was rein bisschen kann ich immer wieder nach produzieren heißt ich werde es demnächst dann ja das nächste was jetzt dann eigentlich kommt ist dann irgendwann stahl glaube ich wie schaut es da oben aus ich habe nur noch 14 stück da drin so das heißt ich habe noch 22 davon habe ich noch hier das heißt dann immer wieder herstellen das ist gut das heißt doch alles klar so mein sparten dann habe ich noch ein bisschen flint da kommt da das sand rein bei den teilen da kommt der kreuz rein so da läuft es leider nicht so lang noch mal ein blick so dann heißt es jetzt wir brauchen wieder mal die chest die silber chest ist okay mit billiger wollen wir nicht glas habe haa ha 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 so so wird es dankeschön so dann brauchen wir jetzt halt ich einfach weitermachen ich habe mal so dann haben wir nicht die gold chest als nächstes auch hier machen wir auch gleich vielleicht alles abschließen was wir haben das haben ok dann gucken wir jetzt noch nach vielleicht immer die diamante ja auch noch in 5 klar so auch zwei diamanten und sechs glas die kann ja gleich wegräumen so jetzt haben wir noch die crystal chest die ist noch größer glaube ich lass mich gucken dafür brauche ich einfach nur glas wird gemacht und ich sehe auch gleich was drin ist wir sehen jetzt auch gleich funktioniert ja wenn ich in richtigen noch auswählen kann ich auch mal gut abholen wir schlafen mal schnell so das heißt jetzt ich jetzt hinter hinter da lang immer diese lange wo dieses komische graue etwas hinten steht das da musst du hin dann habe ich jetzt ein hopper ob das das funktioniert dann du bist rein du bist rein du bist rein du bist rein du auch du bist da rein dann haben wir wieder das da mehr hosen mehr köpfe glaubt die gehen auch nicht kaputt da ist richtig da läuft ja richtig was rein wenn ich irgendwann mal dann soweit bin muss da auf jeden fall dann auch noch eine vernünftige automation dahinter aber die kommt erst wenn ich mein hopper habt ihr wo das ab greift so das heißt ich kann jetzt sind immer wieder hier hinter rennen und schön darf sachen abholen so dann nehmen wir mal den bogen mit dann alles was normale normaler loot diesmal ist das da muss mit rest dann nehme ich auf jeden fall mit das muss mit dann habe ich das dabei was haben wir sonst noch im bogen denn ich hätte kraften können nein so dann ist eine west und tue mal hier rein ich wollte gerade sagen was ich habe einen gunpowder mehr aber nein das waren mehr als ein stack dann kommst du hier rein alle kommen hier rein so sind kommt hier ein black concrete kommt hier auch rein ein kommt da oben hin das räume auch weg jetzt mal ein wenig aufräumen hier ja nicht kann nichts mitnehmen weil ich bin so leitern kommen hier auch noch mit rein dann machen wir schnell noch den bogen das sieht man leider nicht alles gelät dort ist es standard du kommst da hin und da rein war schon so den hut das kann auch erstmal weg das kann mal da bleiben so du kommst rein und du kommst rein so standard standard loot erstmal schauen dann hätte ich gesagt nehme ich auf jeden fall mal die ingots mit ich hoffe dass ich jetzt alle gesehen habe melanzi egal so ich habe gesagt wir brauchen jetzt den standard loot das nehmen wir mit das lassen wir mal sicherheitshalber da rotten flash nehme ich mit nehme ich auch mit das nehme ich mit das nehme ich mit dann kann ich nämlich noch die sachen mitnehmen perfekt freuen wir noch alles auf das heißt wir werden dann jetzt mal langsam aber sicher anfangen ein lager bauen zu müssen das kommt weg es kommt weg es auch und hier kommt dann noch das da rein so da kann ich schon mal wieder zwölf reinwerfen und es laufen so und das zink braucht gern powder und ja wenn es weiter nix ist glas raus ich schaue nochmal oben nach perfekt so das heißt du brauchst nochmal dann haben wir auf jeden fall mal jetzt ziemlich viel zeug da so dann heißt es jetzt aber du musst jetzt leider mal da weg kommt es jetzt mal da oben hin kann ich nicht einfach weg tragen nein kann ich leider nicht so ein paar ist ein paar part chest brauche ich sowieso ganz selten ich muss mal gucken ob das klappt ach davon ist ja schön scharf dass du da bist und kudo auch aber es gab da offen gelassen ein wunder dass wir hier um wir wollen aber das machen wir am schluss weil wenn mir dann wieder das server abkackt weil ich gerade irgendwas um trage ja dann ist mir egal da kommst du da rein und du kommst da rein und das perfekt so das haben wir auf jeden fall auch auch noch automatisiert kommst du da rein diese zeit haben wir noch zeit beziehungsweise können wir schnell mal gucken was haben wir denn noch platinum nickel nickel verde glowstone und eisen ok ja das wird dann schon etwas komplexer aber wir wollen ja noch das erste material da haben und angucken achte zeiteinheit okay das rennt mal jetzt richtig dann hätte gesagt dass man die nacht noch mal vorbeigehen und dann hätte gesagt war hier noch eine nemoku trage immer ganz schwere kühl rum so bewegen tut sie sich momentan nicht aber ich höre es glimmern ah ok nur die kuh ist gerade geschockt dass sie gerade rumgetragen wurde wäre ich auch perfekt 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 also das läuft jetzt alles das läuft da hier auch super weiter wie gesagt dadurch dass wir jetzt dabei sind auch hier das voll zu automatisieren kann ich das auch mal einfach laufen lassen dann kommt jetzt noch mal das da rein kommt ja auch noch mal kohle rein das heißt das muss ich jetzt auch noch mal alles dann irgendwann noch schön brav umbauen ich habe glaube ich mittlerweile eine idee was ich noch wohin mache ich hätte gesagt hier also in diesen diesen weißen der weiße weg mit weiß nicht weiß ich jetzt was und zwar da werden so gebäude links und rechts entstehen beziehungsweise mehr ich schätze mal hier auf der seite das heißt da werden wir mal unseren unseren trofänen raum aufbauen da werden wir unseren ja so räumchen halt aufbauen zum beispiel um sowas dann zu automatisieren weil oder wir könnten auch da herstellen ja mit mir gucken das ist mehr der multipart und das ist mehr der 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 andere gedönsding und unten drunter über den maschinen alles kommt genau so wir haben wieder viel geschafft sind wieder die 40 minuten rum bedanke ich mich bei euch das zuschauen und bis zum nächsten mal bis dahin also und ich Vielen Dank.